Ist es überhaupt noch möglich, Mitarbeiter im ländlichen Raum zu gewinnen und zu binden? Genau das wirst du hier in diesem Video erfahren und bleib unbedingt dran, denn dann wirst du auch erfahren, welche Unternehmen überhaupt noch eine Chance haben, in den nächsten Jahren im ländlichen Raum da erfolgreich zu sein. Schauen wir uns erst mal an, was ist überhaupt die Ausgangssituation auf dem Land? Dafür haben wir hier mal in diesem Kreis symbolisiert, alle potenziellen Fachkräfte, die bei dir im Unternehmen arbeiten könnten. Und die haben wir unterteilt in zwei Gruppen. Das sind einmal die Roten, das sind die, die wollen weg, die wollen in die Stadt, mehr Möglichkeiten ergreifen, vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder was auch immer. Und dann haben wir hier die Grünen, das sind die, die wollen oder müssen vielleicht bleiben. Und hier kommt schon der allererste Fehler, den wir immer erleben bei Unternehmern, dass sie sagen, ja, in meiner Region, da wollen alle weg. Also es ist so eine Absolutität, dass alle irgendwie weg wollen und es ist ja überhaupt nicht mehr attraktiv, hier zu sein. Und da gibt es so ein schönes Wort der selbsterfüllenden Prophezeiung. In der Bibel steht es schon geschrieben, einem jedem geschehe nach seinem Glaube. Und dafür ein kleines Beispiel. Was bedeutet das für dich? Ich bin vor ein paar Jahren Papa geworden zum ersten Mal und musste mich dann damit beschäftigen, wie ich einen Kinderwagen kriege. Plötzlich bin ich auf der Straße rumgelaufen und was habe ich überall gesehen? Überall waren plötzlich Kinderwägen, die ich vorher nicht gesehen habe. Frage an dich, waren da denn wirklich mehr Kinderwägen oder war das nur meine Wahrnehmung? Das beantwortet sich von selbst. Natürlich war das nur meine Wahrnehmung. Aber genau das ist der Punkt. Alles, worauf ich mich fokussiere, das wird in meinem Kopf größer. Das bedeutet, wenn ich mich auf die fokussiere, die alle weg wollen und die alles besser in der Stadt sehen und so weiter und so fort, dann werde ich genau das in meinem Umfeld immer mehr beobachten. Und die Paar hier, die wirklich bleiben wollen oder müssen, die kommen gar nicht innerhalb in meinen Kopf rein. Und dabei gibt es die. Das sind diejenigen, die heimatverbunden sind. Das sind diejenigen, die vielleicht eine Familie haben, die sie pflegen wollen, wo sie nicht so weit weg wollen. Das sind diejenigen, die vielleicht einen Partner haben, der in der gleichen Region arbeitet und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Gründe. Und deswegen, das ist das Erste, was du dir überhaupt erst mal mitnehmen darfst. Wenn es dein Ziel ist, dass du hier im ländlichen Raum Mitarbeiter bindest und gewinnst, dann darfst du den Fokus auf die richten, die bleiben wollen oder bleiben müssen. Das ist das Allererste. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie ist denn der Unterschied zwischen Stadt und Land und was kannst du davon mitnehmen? In der Stadt haben wir eins. Auch hier wieder sind die ganzen potenziellen Mitarbeiter für deine Region oder deine Branche, ja, in der Stadt jetzt in dem Falle. Und die verteilen sich auf die verschiedenen Unternehmen. Da gibt es Arbeitgeber, die sind besonders attraktiv, so wie der hier. Die haben ganz, ganz viele Punkte. Und es gibt welche, die sind weniger attraktiv. Die haben entweder gar keine Punkte oder nur so wenige. Und jetzt wird durch den Fachkräftemangel, der ja immer mehr zuschlägt, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, jetzt wird Folgendes passieren. Es wird ein paar geben, so wie diese Unternehmen, die werden es einfach nicht mehr schaffen. Die haben nicht die Manpower, das heißt, die, die keine kriegen, bestimmte Sachen abzuarbeiten. Das werden vielleicht dann Solo-Selbstständige. Aber auch diejenigen, die es hier nicht schaffen, eine gewisse Größe zu erreichen, die werden einfach vom Markt verschwinden. Und die Mitarbeiter, die dort jetzt sind, die werden sich natürlich dann auch auf die anderen Unternehmen verteilen, wie eben dieses. Und das heißt, es gibt auch hier wieder Gewinner und Verlierer. Es gibt diejenigen, die sind ein attraktiver Arbeitgeber, die ziehen dann Leute an. Und es wird welche geben, die sind nicht so attraktiv, die können davon eben nicht profitieren. So, wie ist jetzt die Situation auf dem Land? Und die ist eigentlich identisch bloß mit dem Unterschied, dass es sowohl weniger potenzielle Mitarbeiter gibt, aber eben auch weniger potenzielle Firmen. Und hier kommt jetzt der große Unterschied. Auch hier wird es sein, dass einige einfach aufgeben müssen, einfach weil sie zu klein sind, weil sie bestimmte Skaleneffekte nicht nutzen können, wenn man eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern überschreitet. Und die werden dann auch, wohin gehen, natürlich möglichst zu dem attraktivsten Konkurrenten, zum attraktivsten Arbeitgeber. Und das ist das, was du dir bewusst machen darfst. Du hast jetzt die Möglichkeit, zwei Mindsets anzunehmen, also eine von zwei Pillen zu schlucken. Die erste Option ist, dass du kapitulierst, dass du einfach sagst, es ist einfach nicht möglich, in meiner Region gute Leute zu finden. Und wenn das dein Mindset ist, dann wird auch dir nach deinem Glauben geschehen. Das bedeutet, es wird dann andere geben, die werden übernehmen. Die haben nämlich ein anderes Mindset. Die werden sagen, ja doch, ich schaffe das und ich kralle mir von dem die Mitarbeiter. Ja, und dann werden die es schaffen, mehr Mitarbeiter in ihr Unternehmen zu ziehen. Dann werden die Kunden früher oder später denn auch zu diesem Wettbewerber gehen, weil der Wettbewerber eben die Arbeit in besserer Qualität oder in besserer Geschwindigkeit anbieten kann. Und was wird dann bei dir passieren? Du wirst dich, wenn du es nicht eh schon so fühlst, noch erpressbarer fühlen, weil du halt die paar Mitarbeiter, die du noch hast, unbedingt halten willst und ständig die Sorge hast, boah, bitte jetzt nicht noch eine Forderung nach einer Gehaltserhöhung oder nicht, dass ich jetzt hier einen wichtigen Mitarbeiter verliere. Das ist Möglichkeit Nummer eins, wenn du kapitulierst. Die zweite Option ist, dass du anfängst, anders zu denken, nämlich ein Marktführer-Mindset einzunehmen. Und das ist das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, dass nur diejenigen auf dem Land überleben werden, die die Einstellung haben, ich werde hier der Marktführer und ich werde der geilste Arbeitgeber in der Region und Branche. Ja, wir schreiben hier auch ganz bewusst geil hin, weil das darf der Anspruch sein, dass es eben nicht so, ja, meine Mitarbeiter sind zufrieden, sondern die dürfen so richtig begeistert sein. Weil ja, natürlich in der Stadt, da sind viele Dinge ein bisschen attraktiver. Ja, man hat vielleicht mehr Möglichkeiten, man verdient vielleicht ein bisschen mehr. Umso mehr darf man diesen Wunsch haben, auf dem Land ein richtig geiler Arbeitgeber zu sein. So, und dann diese Marktführer-Mentalität zu haben, dass man es schafft, ein Arbeitgeber zu werden, dass innerhalb der Region, man muss gar nicht der beste Arbeitgeber der Welt sein, aber innerhalb der Region alle zu einem hinwollen. Und das wird dann dazu führen, dass die Qualität und die Geschwindigkeit bei dir im Unternehmen steigen, weil die Leute, wenn du mehr Leute hast, dann kannst du Arbeiten mal anders verteilen. Es ist nicht so eine ständige Überlastung da. Es läuft einfach runder, wie bei so einem Motor, der ständig im roten Drehzahlbereich läuft. Der geht irgendwann kaputt. Wenn man das Ganze aber gut managt, dann hat man die Möglichkeit, dass es rund läuft. So, dann wollen die Kunden natürlich zu dir, weil du eine gute Qualität, eine gute Geschwindigkeit bieten kannst. Bedeutet, die Nachfrage geht hoch und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das heißt, du kannst auch die Preise dann dementsprechend höher ansetzen. Und das wiederum führt dazu, du kannst dann mehr investieren, wieder in deine Arbeitgeberattraktivität, was zwangsläufig zur Folge hat. Achtung, im ländlichen Raum. Du wirst irgendwann zur einzigen Option in deiner Region, sowohl für deine Kunden als auch für deine potenziellen Mitarbeiter, weil du fast eigentlich nur noch der Einzige bist, der überhaupt in der Region anbietet. Und das ist das, was ich dir mitgeben will. Es ist für einen Arbeitgeber auf dem Land nochmal deutlich wichtiger, auf die Arbeitgeberattraktivität zu achten. Darauf zu achten, wie binde ich meine Mitarbeiter, als in der Stadt. Das ist auch in der Stadt unfassbar wichtig, aber auf dem Land nochmal um ein Vielfaches mehr. Weil eben diese Wettbewerbssituation früher oder später zu einer Art Monopol oder Duopol in deiner Region führen wird. Das bedeutet, wenn du das schaffst, dann erschaffst du so eine gewisse Aufwärtsspirale des geilsten Arbeitgeber. Das heißt, du wirst ein richtig geiler Arbeitgeber. Das bedeutet, du kriegst dann mehr und bessere Mitarbeiter. Das bedeutet, die Geschwindigkeit und die Qualität, die steigt. Bedeutet wiederum, Wettbewerber verlieren, die können dann nicht mehr mithalten. Bei dir geht Umsatz und Gewinn nach oben. Du kannst dann wieder mehr investieren in deine Arbeitgeberattraktivität, was dich wiederum zu einem besseren Arbeitgeber macht. Und so ist das so eine Aufwärtsspirale, die dazu führt, dass du immer bessere Ergebnisse hast. Und wenn dich jetzt interessiert, wie kann ich das denn in meiner Region schaffen, dann kann ich dir hier nur diesen Ratgeber ans Herz legen. 108 bewährte Ideen zur Mitarbeiterbindung. Da kriegst du Impulse, Ideen. Wie kannst du das schaffen und was macht überhaupt Sinn? Weil alle 108 Ideen hier umzusetzen, das wäre totaler Quatsch. Was sind die Dinge, die wirklich den größten Hebel haben? Das erfährst du hier. Das ist wunderbar geschrieben, sodass man es auch gerne liest. Nicht nur einfach wie so ein Buch, ganz viel Text, sondern immer auch gut bebildert und mit Grafiken untermauert. Und du hast zwei Optionen. Das eine gibt es als digitale Variante. Dann kriegst du es sofort per E-Mail zugeschickt. Oder wenn du das lieber so haptisch liest, wie ich zum Beispiel und da was in der Hand hast, dann kannst du dir das für eine ganz kleine Versandkostenpauschale zu dir bestellen. Ich lege dir das ans Herz, klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und dann sehen wir uns demnächst. Bis dahin, dein Max. Ciao.